Ja, hallo und herzlich willkommen in der Welt von Genetik-Healing. Es geht um Traumata. Wir wissen heute, dass Traumata oftmals über Generationen weitergegeben werden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel von einer Klientin erzählen, eine junge Frau, die in die Praxis kam und Probleme in ihrer Partnerschaft hatte. Sie konnte sich von ihrem Partner nicht berühren lassen. Sie hat immer so das Gefühl, ich muss Abstand wahren. Sexualität war nur bedingt möglich. Und das ging über längere Zeit. Sie hatten schon sehr viel ausprobiert. Der Partner war sehr einfühlsam. Also sie sagt, an ihm kann es nicht liegen. Irgendwas ist in ihr, das sträubt sich gegen Nähe und intime Berührungen. Und dann haben wir eben in der Genetik-Healing-Sitzung geschaut. Und da hat sich gezeigt, dass also da ein generationsübergreifendes Traumata wirkt und dass die Großmutter etwas Schlimmes erlebt hatte. Und sie sagte dann, das wusste sie, dass die Großmutter eine Vergewaltigung erlebt hat. Das war in Deutschland im Krieg. Und die Großmutter wurde vergewaltigt. Und sie kannte ihre Großmutter und die hat das Zeitlebens auch mitgeteilt, dass das ein sehr unschönes Erlebnis war. Und sie wollte aber nicht darüber reden. Aber es war in der Familie bekannt. Und dieses Traumata, das ging auf die Enkeltochter über. Also nicht die Mutter, also die Tochter der Betroffenen, sondern eine Generation weiter. Und diese junge Frau hat eben darunter gelitten und hatte manchmal das Gefühl, sie hätte selbst eine Vergewaltigung erlebt. Obwohl sie sagt, sie weiß, dass sie in ihrem Leben nichts war, auch nichts Übergriffiges, keine sexuellen Übergriffe. Und da wirkten diese Strukturen, diese Zellerinnerungen von diesem Erlebnis der Großmutter. Und wir konnten das dann mit Genetik Healing transformieren und in den Genen dieses Trauma deaktivieren. Und da konnte sich was verändern. Sie konnte dann Stück für Stück für sich erkennen, das ist das Trauma der Großmutter. Es ist aufgelöst. Ich bin nicht mehr angebunden. Das ging einmal über die energetische Ebene und einmal auch über das Bewusstsein. Und sie konnte sich dann auf etwas Neues ausrichten. Sie hat dann noch einige neue sozusagen Hausaufgaben mitbekommen, wie sie das unterstützend noch, diesen neuen Weg gehen kann. Und so Stück für Stück konnte sie immer mehr Berührung zulassen, bis sie dann nach einiger Zeit wirklich sagen konnte, ich kann Nähe zulassen und ich kann es genießen, von meinem Partner berührt zu werden. Und so gibt es unendliche Beispiele von Situationen, wo unsere Ahnen Traumata erlebt haben. Das kann Gewalt sein, das können Unfälle sein, das kann auch sein, dass es der Verlust von einem Elternteil oder von beiden Eltern sein, dass man die verloren hat und dann über die Gene dieses Traumata weitervererbt bekommt und dann darunter leidet und sein eigenes Leben, so wie man es vielleicht gerne tun würde, nicht leben kann. Also diese generationsübergreifenden Traumata, das ist ein ganz großes Kapitel in unserer Geschichte und da sind ganz viele Menschen in aller Welt davon betroffen, weil Traumata passieren jeden Tag und irgendwo sind wir, oder wir können, ich sage nicht, dass alle Menschen angebunden sind, aber viele, viele Menschen sind an solche traumatischen Erlebnisse angebunden, die sie selbst nicht erlebt haben, sondern die über die Gene weitergegeben werden und dann bei den Nachkommen wirken, so als wären sie selber betroffen. Und da gibt es Gott sei Dank Möglichkeiten, das aufzulösen, diese Traumata zu transformieren, damit die Menschen und auch unsere Ahnen befreit werden davon und vor allem, damit wir das nicht mehr an unsere Nachkommen weitergeben. Ich wünsche Ihnen ein gutes Leben, dass Sie ja voller Freude sind und dass Sie das Gute in Ihrem Leben weitergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.